Herzlich Willkommen zum Numis Vlog Vlog zur Architektur auf Münzen. Heute beschäftigen wir uns mit konstantinischen Lagertoren am Limes, der Außengrenze des Römischen Reiches. Dieses Motiv gab es nicht nur einmal. Also was soll das? Fragen wir unseren Experten vor Ort, den Legionär Lucius. Servus miteinander. Willkommen an der Grenze. Kalt hier. Ich muss zugeben, unsere Arbeit hier ist in den letzten Jahren nicht unbedingt einfacher geworden. Der Druck an den Außengrenzen des Römischen Reiches hat seit dem dritten Jahrhundert kontinuierlich zugenommen. Garamanten, Blemier, Sassaniden und Germanen dringen ins Reich. Unser Münzmotiv soll jetzt den besorgten Bewohnern des Reiches eins zeigen. Durch die Fürsorge und Vorsehung unseres Oberbefehlshabers, Providencia, hat sich immens was getan. Truppenstärken wurden aufgestockt, Lager immens ausgebaut. Wir sorgen jetzt hier für Pax Romana. Wir sind härter als die Jungs von Klein Bonum, effektiver als Frontex. Wir halten dichter als der Trump Wall. Wir sind der Gladius in der Finsternis. Wir sind die Wächter auf den Mauern. Tja, vielleicht. Daneben mag er aber ein anderer Aspekt eine gewichtige Rolle gespielt haben. Soldaten waren nämlich sehr wichtig und wurden vom Kaiser als erstes besoldet. Wir freuen uns total, dass unser Oberbefehlshaber an uns denkt. Er stellt unseren Arbeitsplatz dar und ist immer bei uns im Prinzip. So, ich muss zurück an die Arbeit. Haben wir wieder was gelernt? Weitere Informationen zu diesem Münztyp findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und weitere Videos zur Architektur auf Münzen findet ihr hier und hier.